Hallo, Long Time No Scene. Heute sage ich Hallo vom Gute-Leben-für-Alle-Kongress an der WU-Wil, wo ich bei einem Stück mitspielen darf, das von Südwind initiiert wurde, bei einem Theaterforum-Stück, wo es um das Gute-Leben-für-Alle geht, um das Buen-Wil. Und natürlich darf da der Tourismus nicht fehlen. Und was es beim Stück alles zu sehen gibt, darauf kann ich euch jetzt gespannt machen in einem kleinen Clip. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.